Welch Glanz in meiner Hütte. Jetzt sind noch die Puzzle-Gardows über mir, was mich sehr freut. Willkommen in der Show. Vielen Dank, dass wir hier auf der Wettenders sind. Vielen Dank für uns wiederholen. Ich habe dich vor dem Studio gesehen, mit dem Hugh Jackman. Ja. Sind Sie ein bisschen Fan? Ja. Mein Herz ist immer noch bemerkbar, er ist so ein Filmstar. Ich dachte, wir können ein Bild nehmen, bitte. Das ist so cool. Würdest du sagen, er ist wirklich der sexieste Mann in der Welt? Er ist wirklich, 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 wirklich sexy. Es ist wirklich sexy. Es ist wirklich sexy. Ja. Es ist sehr charmant. Ja, es ist. Ich sah ihn in seinen Augen. Such ein Gentleman. Ein Gentleman. Ein Gentleman. Ja, da bin ich auch noch hin und weg. Du kamst aus London. Hast du das zwei Tage vorgebracht? Nein, wir haben das zwei Tage vorgebracht. Für Prinz Charles. Ja. Ist das unglaublich? Es ist eine große Ehre. Du kennst ihn? Ja, es ist eine große Ehre. Ja, wir kennst ihn. Ich habe ihn in unserer Show auf der O2 Center in London gebracht. In Camilla Tour oder Charles? Ja, beide. Ich dachte, ihr müsst uns rauskommen und sehen uns. Er sagte, er wird es arbeiten. Ich hoffe, wir sehen uns da. Ich hoffe, dass er wirklich auftauchen wird. Und du hast diesen Teil von deinem Curate Album Doll Domination gemacht. Es geht um einen kommenden Ende der Reaktion und wie man sich in einer guten Weise aufbrechen kann. Ist das möglich? Es ist immer schwer, wenn du durchbrechen und du endst die Reaktion. Aber bei dem anderen Ende der Reaktion gibt es neue Begegnungen. Also musst du immer stärker und behaupten. Und immer stärker zu dir. Und immer stärker zu dir. Und immer stärker zu dir. All die Frauen und Männer aus da draußen. Know deine eigenen Worte. Weil du manchmal nicht mit der Person zu sein. Und du bist besser ohne sie. Also bleibst du stark und behaupten. Hast du schon von jemandem geblieben? Oder nie? Wir haben alle durch eine torturische Verlust. Aber wir haben alle stärkere Menschen dadurch geworden. Und wir haben alle zusammen. Und wir haben alle zusammen. Und wir haben alle zusammen. Absolut. Wenn du Mädels hat, dann braucht man auch die ganzen Typen nicht. Doll Domination ist ein großer Mix von allen Musikstylen. Wie kommt so ein neues Pussycat Doll Album? Es gibt viele Songwriters und Producers. Und hast du die Songs gewählt? Wie ist das entwickelt? Wir haben eine wunderbare Team, die mit uns arbeitet. Wir hören alle die Musik. Ich bin froh, weil ich diese Album unterstütze. Die Mädels und ich sind zusammen. Und wir hören uns auf Musik. Ich habe eine Hand in die Musik auf Doll Domination geschrieben. Und wir versuchen es einfach zu halten. Und so viel Horror. Und so viel Spaß. So dass wir immer unsere Fans in mind. Und was wir mit ihnen connecten. Und was wir mit ihnen kommunikieren. Especially wenn wir auf dem Spiel gehen. Und auf dem Spiel gehen. Und wir hoffen, dass alle von uns besitzen. Nächstes Jahr. Du möchtest auf dem Spiel sein? Weil wenn ich mich über die Pussycat Dolls sehe. Und ich sehe sie auf dem Spiel performen. Und es ist sexy als hell. Würdest du lieber auf dem Spiel sein? Oder in einem Studio sein? Ich mag beide. Ich denke, dass beide sind zwei verschiedene Erfahrungen. Für mich ist das. Recording ist so eine kreative Erfahrung. Aber als Grupp. Ich denke, dass es so eine Synergie und eine Magik gibt. Und das macht die Pussycat Dolls so special. Und wir sind in der Prozess der Rehearsung für unsere Tour. Und es ist so spannend. Alles über die Stagings und die Kostüme. Es wird extravagant sein. Also bitte, dass wir uns auf dem Tour sehen. Es wird so viel Spaß. Und du bist mit Britney Spears? Ja. In den States. Das ist eine gute Collaboration. Wie kommt es? Wir sind natürlich Fans von Britney. Und hoffentlich Britney ist Fans von uns. Wir kennen sie. Und nächstes Jahr, unser Album ist Titel Doll Domination. So wir planen über die Welt. Und was besser Tour zu sein? Und zu können mit unseren Fans? Das ist Britney's Tour. Wird sie ein guter Pussycat Doll? Ja. Absolut. Sie hat eine Pussycat Doll. Sie hat schon schon die Show mit uns. Aber wir lieben sie. Ich denke, sie hat schon immer sehr inspiriert. Und wie wir sagen, ich liebe diese Partei. Du gehst durch wirklich schwerer Zeiten. Und das ist die Sache mit Britney. Sie hat es in fronten der ganzen Welt. Aber ich denke, especially mit dieser Tour, wir sehen sie wieder stärker als immer. Und ich denke, das ist warum wir so eine gute Collaboration machen. Doll power to the fullest. So deine eigene Tour, Britney's Tour, aber da sind viele andere Projekte. Ich habe auch gehört, eine Underwear-Line. Ja. So, wie würdest du diese Line beschreiben? Es ist sehr sexy. Es ist sehr gut. Robin Anton hat die Bras und die Lingerie designiert. Und es ist sehr gut. Es ist ein sehr guter Christmas-Present. Do you wear it for yourself? Guys at home. The PCD Lingerie line is called Shhh. So go out there and look for it. Yes. It's a great stocking stuffer. And it's really good. So boys at home for your girlfriends, it's a great gift. Trust us. You will thank us. If anyone weiß, dann muss ich dir das. Great. Christmas-Present. How are you celebrating Christmas then? Oh, I think we're celebrating it with our families, more importantly. So I'm gonna be in Hawaii. I'm gonna be in Los Angeles. Oh, actually California. Just somewhere in California. I'm gonna be in Florida with my family. I'm gonna kiss my nieces and nephews a lot. How old are they? Two, four, seven and three. Big family. I'll be in Missouri in the snow, hopefully. Okay. So don't break anything. No feet, no anything in the snow. She'll be in the snow in Missouri and I'll be surfing in Hawaii. Dann haben wir doch schon wieder beide Gegensätze. Gegensätze ziehen sich an. Vielen Dank. Thank you so much for being here. Thank you. And now you're going to the After Show Party or flying away? We have another show. So we've got to skedaddle on out of here, back to the States. Back to the States, aber vorher noch hier bei uns. Freut uns sehr. Vielen Dank.